Was ist denn eigentlich jetzt dieser Datenfluss, über den alle sprechen? Na ja, mal ganz vereinfacht gesagt bedeutet Datenfluss, dass Daten eben nicht nur an einer Stelle sind und bleiben und entstehen, sondern dass Daten von A nach B fließen, von C nach D, von einer Person zu anderen Person, manchmal auch von einer Firma zu einer anderen Firma. Was bringt das eigentlich? Warum sollten Daten fließen? Wir könnten auch sagen, die Daten sollen einfach dort bleiben, wo sie sind. Schauen wir uns mal ein folgendes Beispiel an. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen mit dem Bus irgendwo hinfahren, von A nach B. Leider gibt es da keine Direktverbindung, Sie müssen also zwischendurch umsteigen, vielleicht noch in eine andere Straßenbahn oder in die U-Bahn oder was auch immer. Jetzt kann es halt passieren, dass man mit dem Bus losfährt und jetzt gibt es da einen Stau und dann komme ich nicht rechtzeitig mehr an diesen Umsteigeplatz hin und ich verpasse meinen Anschlussbus. Hm, was hat das jetzt mit Datenfluss zu tun? Na ja, es wäre doch eigentlich super, wenn der Bus, mit dem ich dann später fahren muss, wenn der wüsste, dass der andere Bus einfach später ankommt. Denn es findet ein Datenfluss zwischen diesen beiden Verkehrsteilnehmern statt und dadurch können die sich sozusagen abstimmen. Das heißt, der Bus 2 erkennt, aha, der Bus 1 steht im Stau und dementsprechend passe ich meinen Fahrplan an diese Gegebenheit an. Das ist ein typisches Beispiel, wo ein Datenfluss stattfindet. Ein Datenfluss, der für uns als Bürgerinnen und Bürger dann natürlich positiv sein könnte. Ein anderes Beispiel kennen wir natürlich auch, wenn wir mit unseren Autos unterwegs sind. Sie haben bestimmt gemerkt, dass in den letzten Jahren die Verkehrsprognosen in unserem Navigationssystem sehr viel genauer geworden sind. Das liegt daran, dass ein großer Datenfluss zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern stattfindet, denn es werden nämlich die Standortdaten gesammelt, ausgewertet und teilweise auch noch mit anderen Daten zusammengelegt, zum Beispiel mit Wetterdaten. Es ist ja zum Beispiel so, wenn es schneit, dann muss man langsamer fahren und durch diese Information kann das Verkehrssystem als solches dann optimiert werden. Also der Datenfluss, der kann eigentlich für uns gewisse Vorteile bringen. Ich habe noch ein anderes Beispiel für Sie. Ich glaube, jeder von uns kennt es, wir müssen manchmal zu Behörden gehen. Wir müssen vielleicht zum Rathaus gehen und dann wartet man da relativ lang. Man muss sehr viel Papierformulare ausfüllen. Und das liegt unter anderem auch daran, weil es zwischen den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und den Behörden und den Rathäusern zum Beispiel eben keinen richtigen Datenfluss gibt. Wir müssen also ganz viele Daten manuell hinbringen, also wir gehen wirklich physisch hin. Viel besser wäre es aber eigentlich, also zumindest zeitsparender, wenn man zum Beispiel an seinen Computer geht und für die Genehmigung eines neuen Antrages oder für einen Pass oder für irgendwas, was man von der Behörde braucht, wenn man das online machen kann, die Daten sozusagen vom Bürger direkt in die Behörde fließen und das dann automatisch dann stattfindet. Das wäre einerseits für die Behörde super, weil die das dann schneller machen kann und für uns auch, denn wir können stattdessen Zeit mit unserer Familie verbringen oder Freizeit verbringen und müssen nicht so viel Zeit dann bei so einem Behördengang verbringen. All das sind Beispiele für Datenflüsse. Das funktioniert eben nur, weil Daten nicht statisch irgendwo rumliegen, sondern weil sie fließen. Wir müssen verstehen, wo Daten fließen, denn teilweise müssen wir uns natürlich auch überlegen, wo wollen wir das und wo wollen wir das vielleicht auch nicht.